Musik 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 Guten Morgen Warten wir mal ganz kurz hier was löschen Ja, ich war schon fleißig heute Morgen, weil es ist hier im Streami Habe einiges geschafft, tatsächlich nur noch eine Sache fehlt, die ich die ganze Zeit schon mich herschiebe Die Steuererklärung Musik Der mags noch Sonst war ich, also das sind zwei Jahre glaube ich, war ich relativ schnell damit Aber dieses Mal mit diesem Home-Office-Gedönse, wo es extra Muss ich mal gucken, dass alles funktioniert Ja Da bin ich eben noch gar nicht so weit Von daher, wieder irgendwo reinlesen Und machen und tun Das ist einfach Ich hasse es Das ist nicht schön, aber egal Ähm Ja Zwerg Nase hier Schalziert die überall rum Ist super neugierig Ja ja So ist die Ist die gerade auf dem Balkon Mal gucken, ob es wieder Wie so ein Flughörnchen Auf den Vorhagen zuspringt Oder es das mal wieder schafft reinzukommen Wunder machen Gestern heute hat es nicht so richtig geschafft So Ach Gott Guck an, ist wir da? Ne Ne, aber guck dir mal das Netz an Was ich gesagt habe Seit Jahren hängt das dran Ist jetzt schon völlig zerlegt Über alle Löcher dran Ja zwei Ja zwei Zwei Guck mal weiter Ne, es sind ja zwei Auf der anderen Seite ist es nicht Im Netz? Ja Zwei, drei mindestens Vielleicht fünf, sechs Ja Willst du wieder reinkommen? Na ja, klar Ja Auch wieder so ein Flughörnchen? Wie ein fliegendes Erdhörnchen kommt überall Da ist sie ja Ja Unter dem Kratzbaum Ja Und ich halte mich an Ach je Ach, sowas Ne Ich hole eine kleine Verrückte hier Ja Wir haben ein Flughörnchen Juhu Ja Das üben wir noch mal ein bisschen, ne? Hoff ich Wie hat die ein Dreher gefunden? Ja, wahrscheinlich Oh man Oh man Und du? Du bist kein Flughörnchen, ne? Du hast sie einfach auch komisch angestellt mit dem Netz Ja So Und ich werde jetzt weiterlesen Huchala Wo ist das denn? Ich werde meine Kopfschmerzen noch ein bisschen pflegen Ja, die hatte ich gestern Das hier weiterlesen Dann den Vloggi schneiden Vielleicht kriege ich auch meine Tage Jo Und diese scheiß Frisur, ne? Die wollte ich nie wieder haben und ist die wieder da Dieses über der Schulter Das ist einfach nichts Das sieht aus wie gewalt und nicht gekonnt Ich hab keine Vorlage genommen Doch, ein Mob, der in der Ecke stand Was? Nein Aber das ist einfach eine blöde Länge Moppi Schnell wachsen, schnell wachsen Wenigstens ein Stückchen Moppi Erst sind sie zu lang, dann sind sie zu kurz Alles Gute, denn es sind drei Okay Okay Passt schon Ja Mal gucken, was es da noch so bringen mag Und dann werde ich mich bestimmt irgendwann später nochmal Mit Sicherheit Was? Also thin Ich bin